Herzlich Willkommen bei VerveCloud.com Heute möchte ich euch den Megatank 5 Milliliter in Stainless Steel, also aus Edelstahl vorstellen. Ich bin wirklich begeistert, der ist super, er fest sich extrem wertig an, ist sehr schwer. Da ist ein E2 drin als Verdampfer, das heißt das, was ihr auch in den Klyromisern drin habt. Der Geschmack ist wesentlich besser als mit den Klyromisern, mit den Dual Coil Klyromisern, Single Coil Klyromisern, die gepanschten. Es gehen die 5 Milliliter komplett rein, nicht so wie bei anderen Tanks, wo man mal so ein bisschen Schwierigkeiten hat, die angegebene Menge rein zu bekommen. Geschmack super klar, wirklich klasse. Es wurde oben normalerweise ein schwarzer Drip-Tipp mitgeliefert, den habe ich einfach durch einen eigenen aus Stahl ersetzt. Ich finde das sieht wesentlich schöner aus. Er ist eigentlich gut zu handeln, er ist extrem gut gefertigt, das heißt beim Auseinanderbauen, das seht ihr nachher auch, ist das schon mal ein bisschen schwieriger rein und raus zu bekommen, weil er wirklich auf den letzten Millimeter passt. Ich habe mir leider den E2, den Mittelpol, also den Pluspol abgerissen gehabt, das ist aber einfach meine Schuld gewesen. Es ist keine Gebrauchsanweisung dabei, dementsprechend hatte ich ein bisschen probiert und habe ihn einfach falsch angefasst. Das Idee habe ich wieder angelötet, dementsprechend funktioniert der E2 auch, das ist gar kein Problem. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, in der Mitte ist halt ein Lötpunkt. Er dampft gut. Ich habe auf der Lava-Tube ein paar verschiedene Wollstarken ausprobiert und er läuft am besten zwischen 3,6 und 4,2. Ich konnte ihn auch auf 4,3 und 4,4 dampfen, das ist auch noch sehr gut gewesen. Bei 4,5 fing er an zu kokeln. Es gibt eine etwas größere Streuung bei dem Widerstand, das heißt er wird angeboten als 2,6 bis 2,8. Ich habe nach wie vor mein Messgerät immer noch nicht hier, deswegen konnte ich jetzt nicht genau messen, wie viel Ohren er hat. Aber man kann ja selbst ein bisschen probieren und das wird man ja schon merken. Ich dampfe ihn jetzt im Moment und eigentlich auch so die ganze Zeit, außer bei den Tests für die Wollstarken auf dem Golden Greek. Und bin sehr glücklich damit, das heißt ich starte da ja bei 4,2 beim vollgeladenen Akku und er sinkt dann nachher bis 3,6, 3,5. Das merkt man dann auch, der Dampf lässt einfach nach. Der Akku hier ist voll, da ist mein neues Lieblingsliquid drin oder eins der neuen, das ist Wildmaster von CBV. Kann ich echt empfehlen, es ist richtig super, schmeckt klasse. Zweites Lieblingsliquid ist im Moment gebrannte Mandel von TPA. Sage ich vielleicht nochmal im anderen Video was dazu. Ich will mal eben gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, das etwas schwer auseinanderbauen und zusammenbauen, hatte ich schon erwähnt. Man sollte ihn immer stehend lagern, nicht liegen. Das ist ja bei den Airy Tank Versionen immer so, weil es sonst ein bisschen raussiffen kann. Ansonsten Siffen oder ähnliches konnte ich gar nicht feststellen. Auch kein Bluppern oder Liquid im Mund ziehen oder ähnliches. Er hat keinerlei Nachflussprobleme. Also im Großen und Ganzen ist das mein neues Lieblingsstück als Nicht-Selbstwickler. Ich bin aber auch der Meinung, dass er sich vor dem Odysseus nicht wirklich verstecken muss. Es gibt natürlich ein bisschen Abstriche, aber es sind ja auch dementsprechend 70 Euro Unterschied. 25 Euro Spitze. Jetzt kommt ein kleines Detailvideo. Viel Spaß. Ja, das ist der Megatank jetzt auseinandergenommen. Das ist ja ein 5 Milliliter. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Die Verarbeitung gefällt mir sehr gut. Die Metallkappen sind sehr schön gearbeitet, sehr präzise. Das fühlt sich sehr schwer an. Ich habe hier einmal so einen ganz normalen Metal-Maptank auseinandergenommen. Was als erstes auffällt, das ist der Unterschied bei den Makrolon-Röhrchen. Das ist wirklich schön dickwandig. Das ist wesentlich stabiler als die billige Version. Der hatte, glaube ich, einen 10er gekostet. Der hier ja 24,95 Euro. Aber er nennt sich ja auch Metall und da kann man gleich mal sehen, der Unterschied. Das hier ist schön gedrehter Stahl. Und das hier ist irgendwas Verchromtes. Da merkt man auch den Gewichtsunterschied sofort. Er ist nicht so hochgradig poliert wie zum Beispiel die Golden-Greek-Teile. Aber das macht nichts. Das ist trotzdem sehr schön. Beim Auseinandernehmen habe ich mir leider... Das sind ja hier Cartomizer in dem Map-Tank. Hier ist ein E2 drin. Also im Endeffekt wie im Clearomizer. Da hatte ich mir den Mittelpol leider Gottes abgerissen. Beim Abnehmen vom Akkuträger, wo ich es drauf geschraubt hatte. Um praktisch die Base von dem Clearo zu trennen. Ich baue den hier jetzt mal wieder zusammen. Man führt den E2 praktisch von unten durch. Nimmt dann hier die Glasfaser schön raus, dass sie nicht unten einklemmt. Hier unten ist eine kleine Gummidichtung, die nachher für den Abschluss sorgen wird. Und drückt ihn dann praktisch da rein. Das Ganze ist schon ein bisschen schwieriger. Aber es ist wirklich gut gearbeitet. Das ist in Ordnung. Man kann sehen, dass ich ihn schon mit den Fingern rein bekomme. Ich hatte erst, weil ich keine Gebrauchsanweisung hatte, hatte ich erst versucht, von oben her zu drücken. Und habe dann den ganzen Clearomizer unten durch den Mittelpol gedrückt. Den passe ich jetzt nochmal wieder ein bisschen an. Weil der jetzt unten nicht mehr genug raus guckt. Das ist praktisch dasselbe wie beim Odysseus. Hier unten der Mittelpol, der muss ja ein bisschen raus gucken, damit er Kontakt hat. Dem gebe ich noch ein ganz kleines Stück. So sieht das wieder gut aus. Der drückt sich dann nachher beim Kontakt auch sicherlich noch ein bisschen rein. Damit habe ich dann schon mal die Base. Das wäre praktisch, wenn euch der E2 durch ist und ihr ihn auswechseln müsst, dieser Vorgang. Da habt ihr bis zum ersten Versagen sicherlich ein bisschen Zeit. Ich habe ihn jetzt gleich auseinander genommen, um ihn hier auseinandergebaut zu zeigen. Ich würde es nicht empfehlen, das jetzt einfach aus Spaß zu machen. Dampft ihn erstmal so wie ihr ihn bekommen habt. Und wartet bis der Clearo durch ist und baut ihn dann das erste Mal auseinander. Das erspart euch schon so ein bisschen Fummelarbeit. Hier muss ich aufpassen, dass die Glasfaser unten nicht eingeklemmt wird. Die lege ich nochmal hier auf der Base ein bisschen zurecht. So und dann setze ich das Makrolöhrchen wieder auf. Das geht ein bisschen schwieriger. Da muss man schon ein bisschen Kraft aufwenden. Ich drehe ihn leicht ein bisschen. Und dann sitzt er aber auch. Man kann hier schön sehen, dass die Gummidichtung ordentlich Kontakt hat. Ich nehme mal an, der wird dann auch nachher nicht drunter raussiffen. Ja und dann lege ich mir nochmal die Glasfaser hier ein bisschen zurecht. Die ist jetzt so ein bisschen aufgerollt. Die mache ich jetzt hier gerade. Und setze dann oben die Kappe auf. Da passe ich auf, dass ich oben das Mittelstück schön auf den Clearo drauf kriege. und drücke den dann auch schön zusammen. Das geht. So viel Kraft muss ich da jetzt nicht aufwenden. Ja und dann habe ich ihn praktisch wieder zusammen. Und ich komme gleich nochmal wieder. So mitgeliefert wurden noch eine Spritze mit zwei stumpfen Spritzen. Sehr kurz. Ja, fünf Milliliter soll der Tank fassen. Eine 2,5 Milliliter Spritze ist mitgeliefert worden. Die funktioniert bei mir nicht richtig. Das könnte daran liegen, dass ich 70% VG in meinem Liquid benutze. Und das einfach zu dickflüssig ist für die kleine schmale Nadel. Stattdessen habe ich hier jetzt eine 5 Milliliter Kanüle und Spritze und werde den damit jetzt befüllen. Man geht oben einfach rein am Silikonabschluss vorbei. Hier kann man jetzt sehen, dass ich da drinnen bin. Das Silikon habe ich nicht durchstochen, sondern bin an der Seite dran vorbei. Und werde jetzt mal gucken, wie viel von den 5 Milliliter ich da rein bekomme. Auch hier sieht man, ich habe eine ziemlich kleine Kanüle, deswegen dauert das jetzt ein bisschen länger. Das mag bei jemand mit sehr viel mehr VG, äh mit sehr viel mehr PG natürlich besser sein. Ich habe jetzt die Hälfte drin, das sieht gut aus. Ich gehe mal davon aus, dass ich die 5 Milliliter komplett rein bekomme. Ich hatte irgendwie glaube ich gelesen, ja Füllgrad zwischen 80 und 90%. Da komme ich super mit 5 Milliliter hin. Im Gegensatz zu einigen anderen Tanks scheint das hier einfach auch zu schlimm mit dem 5 Milliliter. Bin ich sehr begeistert. So, Spritze komplett leer. 5 Milliliter drin, Füllstand etwas über 3 Viertel. Das dürfte auch den 80% entsprechen. Ich würde auch einfach nicht, da geht vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ich würde auf gar keinen Fall empfehlen, da mehr rein zu tun. Er ist halt für 5 Milliliter und dann packt man da auch nur 5 rein. Ich mache ja normalerweise sogar ein bisschen weniger rein als das, was empfohlen ist. Aber hier wollte ich einfach mal gucken, ob er die 5 Milliliter auch wirklich fest ist. Das tut er. So, ja. Das war es jetzt erstmal zum Detail. Jetzt gibt es gleich noch ein kleines Abschlusswort. Bis gleich. Ja, viel gibt es zum Abschluss gar nicht mehr zu sagen. Beste Tank, den ich bis jetzt gedampft habe als Nicht-Selbst-Fickler. Die beiden Aromen, Waldmeister von CPV und gebrannte Wandel von TPA habe ich auch von Just Vapor. Ja. Geht los, bestellt ihn. Habt Spaß. Wenn ihr gerade dabei seid, mit dem Rauchen aufzuhören oder ihr seid schon am Dumpen, dann weiterhin viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.